Hallo, ich bin Omnitrone und ich begrüße euch zu einem neuen Netzplay auf unserem Kanal. Ich spiele nämlich ein wenig Far Cry 5 zusammen mit meinem Kumpel Umut im Koop-Modus. Yo, Alter, ja klar. Vorab möchte ich mich schon mal entschuldigen für etwaige Übersteuerung meines Mikros, denn so voll wie ich bin, habe ich alles nur auf eine Audiospur gelegt, also Ton vom Spiel und meine eigene Stimme und leider habe ich nicht gemerkt, dass mein Pegel vom Spiel verändert worden ist, war der auf 100% statt auf 50% und somit ist meine Stimme etwas laut und ich versuche das zwar ein bisschen anzupassen, aber falls es mir nicht an jeder Stelle gelingt, bitte ich dies zu entschuldigen. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß beim Video. Nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grundscheriff, Mann Joseph Seed wird das auch begreifen. Ah! Treten Sie vor und ich sah. Ah! Und siehe, ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkal Handschellen an. Gott wird es nicht zulassen. Gott wird es nicht zulassen. Ich befehle euch, dir das zuか. Hey, posth Gast damit. Hoch, hoch, hoch! Rookie, kaffee raus! Wir lassen das nicht! Wir lassen das nicht! Wir lassen das nicht! Wir lassen das nicht zusammen. Zurück! Wir müssen los, sieh! Nein, dann kommt auf! Wir sind ein paar Dynammen! Nein, dann kommt auf! Dann kommt auf! Nein, dann kommt auf! Nein, dann kommt es die Bereich! Hallo! Hallo! Ich bin ein Team! Das ist ein Team! Ich bin ein Team! Ich bin ein Team! Ich bin ein Team! Du hast mich jetzt hier raus! Dann schaust du den Team! Und du hast mich jetzt hier die Möglichkeit! Was? Los! Los! Ich dachte ich mal laufen, die bleibt dran. Alter. Okay, der hat wirklich geschossen. Das wird noch krasser. Diese Spoiler hast du, die kommen schon mit Raketen her von so einem Scheiß, ne? Ne, ne. Mit Gott oder was? Ja, ja. Warum ballern die dich einfach? Sei immer leise. Alter, wie behindert sind die denn? Ach du Scheiße. Leise. Like me. Bitte. Hört mich denn keiner. Ist da jemand? Bitte. Ich sagte doch, Gott lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Bitte. Ich muss wissen, was da los ist. Leitstelle? Oh mein Gott. Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Ja, Vater. Du seist gepächt. What? Niemand kommt, um euch zu retten. So gut gehört. Der Herr hat dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollons hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir tüßen alle, die sich uns in den Weg stellen. Und Sie, die Boten des Umvergangs werden die Wahrheit erkennen. Wir müssen raus. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen sofort raus. Was? Lohnt sich an! Lohnt sich an! Scheiße. Lohnt sich an! Der Vater beschützt uns. Das ist ein Scheißdreffer. Oh, sieht echt geil aus, Mann. Der sieht geil aus. Du, Mario. Ich hatte sie passiert. Ach, danke. Junge, ich mach dich lang! Take down! Oh, nein! Leise! Cut ziehen! Ich werde verfolgt! Cut ziehen! Ach so, toll! Ach so! Ja! Wir werden da fl... Schnell rein! Fahr, fahr, fahr! Es hilft! Scheiße! Scheiße! Bist du mir! Bist du okay? Das war gute Arbeit! Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wen wir trauen können. Diese verdammte Nancy. Oh nein. Oh nein! Wir haben die Straßen blockiert. Fest an! Das ist ein Flugzeug! Was? Ein Flugzeug! Ich bin tot. Ich bin fast tot, ach jetzt bin ich tot, ach du scheiße man, alter, vertreibt man nicht. Ach, was, nein, dann war ich mir schon wieder gestorben, oh fuck. Ich auch. Du musst die ganze Zeit Dauer heilen, das geht sonst echt nicht. Ja, das ist echt geil. Oh, nein. Ah, nein, nein. Alter, was ist das für ein Intro? Ey. Ja, das ist kacke. Ich bin tot. Ich sterbe die ganze Zeit. Ja. Ja. Das gibt's doch nicht. Ich habe ein bisschen gewartet. Ich bin direkt am Anfang gestorben, weißt du? Alter, wie kacke. Nein. Nein. Die ganzen Versuche schneidest du aber aus, ne? Nein, na doch, natürlich schneide ich dir raus, ey. Fuck. Jetzt, jetzt kommt das Schastflutzeug. Nein. Nein, das gibt's doch nicht. Wie soll man das überleben? Wie? Wie? Ah. Fuck. Fuck, 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 ey. Soll ich wahrscheinlich. Yo, noch mehr Fässer. Eine Kuh. Okay. Wir verschwinden. Vergiss ihn. Wir verbinden. Vergiss ihn. Vergiss ihn. Komm weg. Verdammt. Woraus? Es ist nur eine Verarsche. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Okay. Herr im Himmel. Da kommt was. Oha. Ja, also, ich muss sagen, auf, ähm, normal war das doch ganz schön. Easy. Hast du, hast du untergeschubst, oder? Ja. Ich bin so oft gestorben. Pusse. Du Pusse. Aber ich bin der ehrliche Pusse. Probier den Koop-Modus aus. Der will ich doch machen. Oha. Oho! Oha. Oho! 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 Alter, so einen Bunker hätt ich auch gerne. Ja. Ah, das ist die Karte. Alter, sie... Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Ich hab's, weil ich gut bin. Unfähigkeitsbonus. Ich will mal zusammenzocken jetzt. Alter! Okay, ich dachte, der würde noch leben. Untersuchen wir das! Nein! Okay, ihr kriegt jetzt eins mit der Schaufel! Alter, ich hab ihn mit der Schaufel umgebracht! Den letzten mach ich mit dem Rohr fertig. Ich hab ihn mit der Schaufel. Hat er! Ohne! das ist ein zweig, ich nehm noch keinen Zweig. Alter, ich lieb die! Warte! Also wenn die Werbung kommt, wenn eine Werbung zu Ende ist, dann können wir zusammen zocken. Was für eine Werbung? Du musst gleich so eine Propaganda-Werbung reinziehen. Keine Propaganda, das ist eher so Dinge ziehen. Einfach nur Werbung, weißt du? Gut gemacht! Effektiv! Ich spreche den vollen Sack an. Auf der Welt. Ah, die verschlossene Feile kann man wieder aufsammeln. Das ist gut. Was ist das für eine Schlampe? Okay, warte mal, die kriegt einer mit der Schaufel. Was? Nein, meine Schaufel! Alles okay. Der Schaufel geht es gut. Genau, das war mein Verloren, aber scheiß drauf. Nein, ich habe die Schaufel auf die Frau geworfen und die ist ans Wasser gefallen. Ich hatte Angst, dass die Schaufel jetzt weg ist. Achso. Ja. Aber der Schaufel geht es gut. Nichts, dass meine Schaufel klären könnte. Was? Ich schieße da so eine Frau voll in die Fresse. Und was sagt der Typ? Oh, Schädelbruch! Und da bist du stolz drauf, oder hast du? Ich schäme dich! Alter, ich bin sowas... Bullseye ist nichts dagegen. Nehmen wir uns, was sie tun, nicht mehr. Wir kommen zu euch. Willkommen... bei Edens Gain. John Seed hat deine Partnerin Rassen erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. Auf jeden Fall muss ich die da rausholen, die einzig geile in der ganzen County da. Jaaaa! F*** dich, Luke! So. Oh. Okay. Das heisst. Nein! Hab das nicht hinbekommen? Was ist Lady? Äh... Nein! 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 Schaufel! Das ist so dick! Ich hab keine Schaufel mehr, um Wut! Das heisst? Tritt mir bei, du! Nein! Nein! Du trittst mir bei! Du hast mich eingeladen! Komm einfach rein! Es ist wahrscheinlich nicht geil wäre! Ich... Du trittst mir bei! Jaaa! Warum? Was passiert dir? Hallo, Mut! Ich sag das, weil du mich immer umhörst. Koopfortschritt speichern? Ja klar! Äh... 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 Mama, bitte sagt Papa nichts! Ich verstehe nicht, wie er auf diesen Arten... Arschgesicht der Vater-Turz für ein Kablau-Blau-Blau... Äh... Nee doch, ist alles Ultra! Trotzdem... Modus für Farbenblende! Sogar DAS haben die Berücksichtiger! Alter! Wie lieb! Okay, komm Chris! Wieso hast du... Hast du uns hier eingesperrt? Hahaha! Nein! Bleib hier! Aaaah! Das ist mein Quack-Mail, wo die ganzen Nutten... Ja! Scheiße! So! Ähm... Wo müssen wir hin? Map! Wo gibst du... Lassst du erst... Die... Holland-Dingens... Holland-Valley retten! Ja, diese Kürbisfarmen! Oder? Oder sollen wir erst zu der Hure gehen? Doch lass erst zu der Hure gehen! Aber wir müssen uns... Warte, warte! Warte! Du bist jetzt bei dem... In Holland-Valley, ne? Ja! Deshalb müssen wir jetzt erstmal... Genau! Erst zu der anderen Bitch... Erst zu unserer Bitch... Dann zu der anderen Bitch... Und dann zu... Bösen... Äh... Wir gehen jetzt mal zu dieser... Wir gehen jetzt mal zu dieser Kürbisfarmen! Ist das eine Pistole? Ja! Die gibt's auch ein Pistole! Ich pisse auf die Gegner! Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach Ja oder Nein! Äh... Ja! Achso... Du Huren! Du Huren! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt! Ja, die haben verboten am Start! Ja, die haben verboten am Start! Die Achterwanne geht so ab! Ich tänze mit der Gänse! 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 Ähm... Lass mich! Oh mein Gott! Ja! 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 Ja!